So Kinder, wir haben anscheinend das Spiel durchgespielt. Was ist mit Julie? Gut, eben am Ende konnten wir ja noch sehen, dass der Bogen und alles da noch lag. Anscheinend sind wir verreckt. Aber wir wissen es nicht genau. Das ist sehr tiefsinnig. Ich frage mich jetzt, ob die Kleine da eben unsere Tochter war. Oh, das macht mich irgendwie traurig. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Ihr habt es wieder geschafft, mit mir ein Spiel durchzuzeigen. Hat mega Laune gemacht, auch wenn manchmal die Maus nicht reagiert hat, so wie ich wollte oder sonst was. Aber ich glaube, das lag eher an meinem PC statt als... Also es lag nicht am Spiel, weil ein Kumpel von mir hat das Spiel auch und da hat alles wunderbar funktioniert. Kauft euch das Spiel auch, macht mega Laune. Und ich hoffe, da wird noch ein zweiter Teil kommen, weil das Spiel hat echt Potenzial. Dieses ganze Universum, das ist schon mega cool. Ich will euch jetzt hier nicht zwingen, diesen Abspann euch anzugucken. Ich wollte nur nochmal klarstellen, das Spiel ist zu Ende, wir haben es geschafft. Und ja, jetzt muss ich jetzt mal schauen, was als nächstes kommt. Ich habe noch ein paar Spiele auf Lager und ihr könnt ja auch noch diese ganzen Battlefield-Geschichten und ein neues List-Test, das werde ich jetzt auch noch hochladen. Könnt ihr alles noch genießen. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend und wir sehen uns dann das nächste Mal. Haut rein. Lasst es knacken. Bye.